Blicken wir an diesem Montagmorgen zu unserer US-Korrespondentin Nancy Lanzendorf an Washington. Guten Morgen Nancy, ja welche Gründe hat denn Joe Biden nun für die Rücknahme dieses Einreisestoppes genannt? Da müssen wir einen Blick auf die doch dramatischen Zahlen werfen, denn inzwischen sind 25 Millionen Corona-Fälle in den USA bereits gemeldet worden. Und die tatsächliche Zahl könnte sogar noch höher liegen, weil sich nicht jeder testen lässt. Aber diese Zahl ist jetzt schon mehr als doppelt so hoch wie die Zahl beispielsweise in Indien. Und man muss dazu sagen, etwa 420.000 Menschen sind in den USA schon an Covid-19 gestorben und das ist fast doppelt so viel wie in Brasilien. Also da eben der Einreisestopp, ein Schritt der beiden Regierungen im Kampf gegen das Coronavirus. Und du hast es schon angesprochen, Trump hatte ja diesen Einreisestopp eigentlich aufheben wollen. Das wird jetzt eben nun nicht passieren und Biden fügt auf diese Liste jetzt auch noch Südafrika als Länder mit einem sogenannten Einreisestopp hinzu, eben weil da diese neue Coronavirus-Variante ja aufgetreten ist. Dann hat man jetzt in den Sonntagsshows auch gesagt, dass die Impfkampagne verstärkt unterstützt werden soll, dass auch die Bundesländer bzw. die Bundesstaaten hier in den USA da verstärkt unterstützt werden sollen. Also man kann sagen, ein aggressiveres Vorgehen der beiden Regierungen als das von der Trump-Regierung im Kampf gegen Corona eben. Ja Nancy, Joe Biden hat ja den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu seinem Hauptziel erklärt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das politische Amerika blickt natürlich heute auch ins Kapitol in Washington. Denn dort geht ja das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in die nächste Runde. Was wollen die Demokraten denn tatsächlich erreichen? Ganz genau. Also heute wird die Anklageschrift sozusagen vom Repräsentantenhaus an den Senat weitergereicht. Morgen werden die Senatoren, also die Jury eingeschworen. Und eigentlich würde ja dann das Amtsenthebungsverfahren, das sogenannte Impeachment, gleich beginnen. Aber man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man noch zwei Wochen warten wird, bis das Ganze so richtig starten wird. Damit man eben dem Trump-Team, den Verteidigern sozusagen Zeit gibt, sich vorzubereiten. Und wiederum das Team Biden hat Zeit, in dieser Zeit eben andere Sachen anzugehen, wie beispielsweise die Nominierung, die Bestätigung der Kabinettsmitglieder. Und das Ziel der Demokraten ist es sicherlich nicht nur, Trump zur Rechenschaft zu ziehen, sondern es könnte eben dann noch einmal darüber abgestimmt werden, in einer zweiten Abstimmung sozusagen, ob Trump dann überhaupt nochmal antreten kann, ein öffentliches Amt beispielsweise nochmal als Präsident sich bewerben kann. Und da hoffen eben auch die Demokraten, dass sie genügend Stimmen zusammen haben, dass Trump dann nicht nochmal antreten kann 2024, was er ja mal in den Raum geworfen hatte. Ob aber so viele Stimmen, 17 Republikaner müssten dann mit den Demokraten stimmen, ob so viele zusammenkommen, das ist im Moment ziemlich unwahrscheinlich. Es bleibt weiterhin sehr interessant in den Vereinigten Staaten. Nancy, danke nach Washington. Vielen Dank.